Nach zwei Minuten Pause, auf Tisch vier, zweite Halbfinale Toastrunde, Baden gegen Thuy Nguyen, fünf Punkte vor. Das ist Fräulein Hermann aus Rot, Landesliga heißt es, spielt sie, gegen den Kovirk, Nobbenspieler, Rot, das Schwarze, man sieht es ziemlich giftig, für diejenigen, die damit nichts anfangen zu wissen, nichts anfangen können, wie auch immer. Und ich, nachdem das hier das Leberkästurnier ist, gehe jetzt Leberkäse holen. Ich habe noch nicht gefrühstückt und es könnte jetzt locker 15, 16 Uhr sein. So, und auf den Zentrum. Jetzt kommt der Kovtisch eins, kommen wir zum Finale der Hauptrunde, zwischen Janik Welsch, Herr Naglase gegen Juri Postnikov, zweites Zeug-Tommyspieler, jetzt habe er zehn Spiele eingestuft, fünf Punkte vor für den Juri. Ja, da jetzt geht's, wir sind jetzt hier sozusagen, ich bin ja vielleicht, wir werden dann hier in der Hand rumschnelle, aber ich bin ja jetzt hier in der Hand, nein, ich bin ja jetzt hier in der Hand. Ich bin ja jetzt hier in der Hand. Und ich bin ja hier in der Hand. Das ist aber egal, was ich jetzt hier vor, es sind ja 지금 hier, und ich bin ja hier in der Hand. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.